Elfrieda Jellenecks Texte sind am Staatstheater Karlsruhe bereits oftmals zur Aufführung gebracht worden. Nach den Prinzessinnen-Dramen und Ulrike Maria Stuart kamen über Tiere, die Kontrakte des Kaufmannes, Winterreise und zuletzt in der Spielzeit 2014-15 Schatten, Eurydice sagt, erfolgreich zur Aufführung. Eines der gesellschaftspolitischen Themen, denen sie sich widmet, ist die Stellung der Frau. Elfrieda Jelleneck wurde 1946 geboren, im selben Jahr wie Donald Trump. Im Jahr 2016 feierte sie ihren 70. Geburtstag und startete einen Rückblick auf ihr Schaffenswerk. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Bei ihm ging seine Karriere also erst richtig los. Dies hat Elfrieda Jelleneck wohl so umgetrieben, dass sie sich entschlossen hat, ein Stück zu schreiben und zwar Am Königsweg, das sie heute in der Regie von Slava Dobnarowa sehen werden. Die slowakische Regisseurin, Schauspielerin und Performerin hat sich bereits in mehreren ihrer Arbeiten mit Biografien besonderer Frauenfiguren auseinandergesetzt. Und das passt wunderbar zu dem heutigen Abend. Die Hauptfigur ist nämlich die Autorin, die uns natürlich alle an Elfrieda Jelleneck selbst erinnert. Das Regie-Team hat sich zum ersten Mal in Prag getroffen, weil Slava Dobnarowa, die Regisseurin, dort damals an der Prager Nationaloper Regie geführt hat. Das Team arbeitet zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammen. Der Name des Bühnenbildners wird Ihnen vielleicht sogar schon vertraut sein. Sebastian Hannack arbeitet bereits zum wiederholten Mal hier in Karlsruhe. Er hat schon in allen Sparten des Staatstheaters Karlsruhe gearbeitet und Bühnenbilder entworfen. Neben den zahlreichen Produktionen im Schauspiel wie Glasperlenspiel, Gas, Jakob der Lügner, Anne Frank und zuletzt Tiger und Löwe, war er an der Tanzproduktion Ballett, Mythos und an der Oper bei der Walküre als Bühnenbildner beteiligt. 2016 wurde Sebastian Hannack für seine Raumbühne Heterotopia mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet. Alle anderen aus dem künstlerischen Leitungsteam sind neu am Haus und wir freuen uns ganz besonders über die Internationalität des Teams. Amit Eppstein, Kostümbildner, Tänzer und Filmemacher, wurde in Tel Aviv geboren. Er studierte bei der Ausnahmekünstlerin Vivian Westwood Modedesign. Seine Videoartfilme wurden auf zahlreichen Festivals sowie auf Ausstellungen und in Galerien gezeigt. Damon Lee, der hier an der Hochschule für Musik eine Professur für Film, Theaterspiele und andere Medien hat, ist der Komponist des heutigen Abends. Als Komponist hat er auch Konzert- und Filmmusik kreiert. Dies ist seine erste Arbeit am Theater. Des Weiteren hat er auch schon audiovisuelle Kunstinstallationen entwickelt. Slava Dobnarova ist in Tschechien und in der Slowakei als Schauspielerin, Performerin und als Regisseurin bekannt. Sie hat sich bereits in mehreren ihrer Arbeiten mit Biografien besonderer Frauenfiguren auseinandergesetzt. Ihr Performance-Projekt über Francesca Woodman wurde mit dem Doski-Preis für die beste Inszenierung des Jahres 2013 ausgezeichnet. Zuletzt hat sie an der Prager Nationaloper mehrere Operninszenierungen zur Aufführung gebracht. An der Humboldt-Universität in Berlin hält sie Vorträge über Performance und Gender. Im Mittelpunkt der Inszenierung steht die Autorin Elfriede Jelinek. Das heißt, in der Inszenierung sitzt sie auch oft, und zwar am Klavier. Vielleicht kennen manche von Ihnen den Roman »Die Klavierspielerin«, der ja von Michael Haneke erfolgreich verfilmt wurde und in Cannes sogar »Die goldene Palme« bekommen hat. Dieses Werk mit stark autobiografischen Zügen bezieht sich auf das Klavier- und Kompositionsstudium von Elfriede Jelinek in Wien. Die Tastatur war also bereits sehr früh ihr Ausdrucksmittel. Zuerst am Klavier und dann an der Tastatur. Elfriede Jelinek lebt sehr zurückgezogen. Ihr Sprachrohr zu der Welt ist die Sprache und folglich wahrscheinlich der Computer, auf dem sie ihre Texte schreibt. Doch der Computer, der die Verbindung zur Außenwelt herstellt, ist auch das Medium, über das die Texte eindringen. Zum Beispiel die Tweets von Donald Trump. Aus diesem Grund haben sich der Bühnenbildner Sebastian Hannak, die Regisseurin Slava Dobnarova und der Musiker Damon Lee entschlossen, das Klavier sprechen zu lassen. Aus dem Instrument dringt die Stimme jenes Mannes, der sich für das mächtigste Amt der Welt bewirbt. Auf der anderen Seite der Bühne ist eine andere Welt zu sehen. Eine sehr urbane, männlich dominierte Welt. Dort sind Schwarz-Weiß-Elemente zu erkennen, die emporragen und bewegt werden. Immobilien, die mobilisiert werden, was einen Link zu den Tätigkeiten Donald Trumps herstellt. Diese zwei Welten werden durch einen Spalt getrennt, der sich inmitten der Inszenierung auftut. Die soziale Schere, der Spalt zwischen der intimen Sphäre und der Öffentlichkeit, der Gender-Pay-Gap, die politische Entzweihung der Gesellschaft. Das Bild steht für viele Prozesse unserer Gesellschaft und jenem Umfeld, in dem sich die Intellektuelle Elfrieda Jelinek befindet. In der Inszenierung, die Sie gleich sehen werden, überwindet die zerbrechliche Frau den tiefen Spalt, um sich der harten, schwarz-weißen Welt auszusetzen. Sie wird übermannt, bäumt sich auf, bricht zusammen, steht wieder auf. Die Videos stammen von Moritz Ermert, der sowohl mit dem Medium der Autorin, der Schrift, als auch mit den Darstellenden dieser Produktion gearbeitet hat. Das Medium der Schrift ist ja nicht nur das Kommunikationsmittel der Autorin, es ist auch ein Tool von Donald Trump, der ja sehr gerne twittert. Der Sound ist in 14 Bilder gegliedert, die auch für Sie klar erkennbar sein werden. Slava Dobnarowa ist es also gelungen, die Inhalte, die ihr so wichtig erscheinen, auf vielen Ebenen zu erzählen. Der Abend erzählt sich für Menschen, die blind sind, genauso wie für Menschen, die taub sind. Auf der Bühne sehen werden Sie Ute Baggeröhr als Autorin, Jens Koch als König und dann etliche Männer, die verschiedene Gruppierungen von Männern in diesem Stück darstellen werden, und zwar aus dem Ensemble Janek Petri, Gunnar Schmidt, Thomas Schumacher und André Wagner und Moritz Peters als Gast, der mit diesem Abend am Badischen Stadtschauspiel debütiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit diesem vielseitigen Theaterstück, das Slava Dobnarowa inszeniert hat. Übel